Was geht ab wie mein Aspro umstanden? Herzlich willkommen zu einer erneuten Folge Face hier, aber diesmal heißt er nicht Face Energy, sondern Face Aspro Und ja, wir haben drei Runden aufgenommen Und in den ersten zwei Runden ist dann der Pepe rausgegangen und dann ist er nach der zweiten Runde aufgegangen Und ich meine, die eigentlich noch Hochlander waren so geile Kills Aber irgendwie wurden nur sechs Sekunden oder so von den beiden Spielen aufgenommen Und jetzt geht das nicht leider und ja, jetzt habe ich deswegen nur die letzte Runde Und ja, aber das war auch lustig Haut rein, bis zum nächsten Mal Leute und tschüss Er nimmt einfach zwei Runden auf und er lehnt die nicht hoch, er löscht die direkt und geht einfach auf Da ist schon der erste Ich habe eingesehen Französisch Ja, Mann Nein Komm Daniel, du schaffst aus Ich guck mal, komm, 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 komm Komm, 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 komm Komm, 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 komm Und dann kommt einer mit dem Pump Ich flieg einfach voll weg Argos und XM Ey, Dani, komm mal hier lang, Dani, komm mal hier hinten, links, 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 links Beste Camper-Pose Warte, ich sichere dir das ab Ich gebe jetzt hier wieder einen Typ Ich mach das jetzt ehrlich, ich mach dir einfach Oh, scheiße Ich weiß nicht, kann man nicht drauf Oh, ich war gerade Ich hab den Ich hab den Ich hab den Typ Ehrhaft gekillt Oh Ich, Mann, ich krieg voll Herzinfarkt, Mann, er springt einfach hoch Oh mein Gott, was Geh, er springt einfach, hallo Rechts, warte, rechts, rechts Was? Oh, hey, links, 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 links Hinter dir, hinter dir Hinter dir, hinter dir, oh, Mann Wir haben den Kugel eingesteckt, aber wir sind noch hinter dir Ey, was haben wir ganz ehrlich für ein scheiß No-Hand-Teams Nimm mal die Standardklasse mit der SVG Soll ich die jetzt nehmen? Ja, nimm mal Schlafschütze, da ist nämlich Stolper verloren, äh Schockladung dabei Den hab ich, die hab ich jetzt genommen Jetzt verkampen wir uns richtig alles, ja Komm, jetzt wird gekampft, ey Der hockt da hinten Wenn du beim Headpitch-Schrauben rausgehst, bei der Tür Da ist der links in der Ecke Ich hab grad Waffe gewechselt Hast du das gesehen? Ja Und was hab ich denn? Termin und ne Blindfahrer Oh, Digga Er ist da rechts Bei der Drücke Hey Man, jetzt haben wir eh ver... Digga, was macht der Typ? Oh, wo ist der denn? Lol, er kriegt noch hinten, Markon Da gehen wir jetzt hin Da gehen wir jetzt hin Ja, wenn wir das verlieren, ist eh vorbei Zwei Läuse noch Der macht das noch easy Er sieht einfach alles da hinten Er sieht einfach alles da hinten Der hat den, der hat den andere Noch einer Okay Der sieht gut aus, der sieht gut aus Der sieht gut aus Der sieht gut aus, ja Komm, mach sowas, mach sowas Na, hol den, hol den Die Missionszeit läuft ab Ja, komm, gib den Stammschot des Todes Ja, lol Nice, Alder So wird das gemacht Bereit machen für die nächste Runde Nimm jetzt mal den Lokos Ziemlich miese Posi Hmhm Ich hab's noch nie so zusammengezuckt, wie geht's Lol Oh, ich hab's noch nie so zusammengezuckt, wie geht's? So hat eruais ist, es war gambling, es ist eh vorbei Oh, er kann ja holen Nice Nimm die Drohne Oh Schade, Alter Oh mein Gott, er was immer Quad Gospel Nice dispel Okay, haut rein, Lastenleiter, wenn er euch gefallen hat Dieancen Drohneius kämen, Alter Was ist zuhören? Ich wurde überall hängen. Okay, haut rein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.